Trach Trommil dann traue ich jetzt nochmal das Ding zu starten da, ist Zeit, läuft nein, ich meine, das emo-bild das kann man nicht spielaufnahme wieder raus einfach ein fenster ja genau das dachte ich auch gerade ja fenster aufnahmen mal. Genau die. Hi. It's me. Hello. Hi. It's me. Hi. It's me. So. Ich hab das kleiner noch. So. 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 That works. That works I think. This way. I hope the controller will work. Oh. Oh. It stopped moving. You broke it. I think so. Again. Oh. No. Saved. Okay. Paradoid. That was close. Die. Das sind natürlich alle 8 Deine. Nehmen sie hintereinander rein. Ha. 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 Meint, das ist ein multiplayer Spiel? 2. 2. 2. 4. 5. So. 5. 6. 7. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie kannst du mich dann bitte mal durchlassen? Nein, nicht jetzt. Du hast das Ende der Web gefunden. Glückwunsch. Ich versuche die Kontrolle über die Drohle zu erlangen, die so heiß wie ich. Unscheinend, aber... Was sind das für Felder? Diese bunten Dinger da drin, die so cool aussehen. Du hast eine dicke Rave vor, die sag ich dir. Sicher? Okay, gehen wir mal rafen. Passiert irgendwann. Ja, aber was? Keine Ahnung, aber das Geräusch hört sich eher schlecht an als Mut. Ja. Oder hast du irgendwas mit Transfer? Ich bin ruhig rot. Stirbst du gerade? Ich hab die Taste gut gehalten. Ja, aber was passiert? Guck mal, du explodierst. Jetzt bist du bei 1. Ja, ich bin verwirrt. Komisch. Ich brauch so eine Drohne, ey. Jetzt blink ich die ganze Zeit. Ja, ist doch cool. Ich fühle die ganze Zeit dieses Dude-Geräusch. Ja, ich auch. Ich fühle mit dir. Ach so. Das ist mehr als komisch. Okay, jetzt hab ich Buck dafür gekriegt, dass das Viech gekillt wird. Ich bin tot. Weißt du was. Ich bin tot. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Please enter your innocence. Lowest score of the day. It's sad. Be proud of you. S-A-A-C. Whatever. Your turn. Black-white-paradroid. It apparently is not... Yeah. Okay. No. The sound. What? I don't know. You are 0-1 and you will have 3-2-9 control. But I'm not sure how the whole game works. I don't really. It's not really. It's the time. Yeah, that's what I noticed. But I understand. Game over. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. But, that's all. The anxiety the device... The tragedy of this is unavoidable. We can imagine... A the body of a soul. The di materials 했 away. Achso, ich glaube, man kämpft irgendwie gegeneinander. Das ist so ein Kampf-Minigame. Glaube ich. Also vermutlich ist es so, dass du halt echt deine Farbe irgendwie da voranbringen musst. Achso, du musst die Seite wählen. Da in dem Moment nur. Ähm, jetzt kann ich gar nichts machen. Ich bin, ah, für die Welt. Teil ist das. Also, wir haben beide verloren. Okay, man hat nur drei Stück, glaube ich. Du musst mehr Dinger in Gelbe fahren. Ja, genau, das habe ich auch schon so verstanden. So langsam. Da wieder. Du bist so langweilig. Du hast immer eine Mühe. Das ist aber kein Deller. Nee. Sieben und er hat fünf. Okay. Ja. 25 Punkte ist ein bisschen leer. Ich glaube, es ist so ein bisschen unschlüssig, für was du jetzt... Ah, das ist so langweilig. Ich glaube, du übernimmst dadurch, dass du die Roboter hast, dass du mit defekt so eine Art Hecken. Ja, aber... Die Frage ist... Ja, genau. Das bringt mir das. Das ist die Frage. Muss ich alle hacken oder alle zerstören? Oder was? Nicht, du musst halt immer die nächste Türe, glaube ich, holen. Das ist dann leichter. Zerstören kann ich mir anscheinend nicht, daher... Nee, du kannst ihn halt übernehmen. Cool, Gold. Die werden halt auch immer besser. Die haben immer höhere Stellungen. Wow. Das kannst du nicht machen, weil da so ein Locker ist, so ein Deller. Ich weiß, ich folge weiter drunter noch. Achso, okay. Rejected, aber jetzt wieder 0,1. Ja. Wahrscheinlich versuchst du echt immer höher zu kommen, einfach. Ja. Und das ist dann im Endeffekt deine Highscore. Äh... Ich habe, denke ich, noch ein paar, die ein bisschen leichter zu... ...klatschen sind. Das ist auch eine 500. Was passiert, wenn du das zum Partyfeld gehst, stuft sich das hoch? Ja, ich bin auf der Fallen dran verreckt, glaube ich. Also, ich muss in den End auf der... ... Michaelis-Hanker. Das sollte... ...erlehrt Wartenleitung, was zu machen? Tja... ...über... ...über all herumgaben. Jens. das Geräusch das ist 516 anscheinend aber es gibt ja nicht mehr viel niedriges in deinem es gibt noch 496 Euro ich habe das war das eine gefällt aber das war daher ich habe mich angegriffen es gibt die spiele in völlig neuen inhalt zu seinem schulter ich weiß nicht ob sie keinen Schaden nehmen insofern müsste es sicherlich sein weil du tot das passiert gar nicht so richtig immer nach oben weiter jetzt hast du gerade Schaden genommen wahrscheinlich die Dinger sehen fast aus wie die Zeugsplitze noch mehr Zeugs du hast jetzt auf irgendwas Access Granted ja irgendwas kannst du jetzt in Zukunft nehmen ship Paradoid deck wo du bist das ist ein Infosystem oder was ja also das ist wo du bist das ist einfach ein alles allumfassendes Infosystem ja toll k dann muss es doch theoretisch jetzt irgendwo im Schiff suchen gehen nach jemanden der in deinem Bereich liegt oder? von den Punkten her ja jetzt kann ich weiter runter genau und wenn du jetzt nach auf der Map zum nächsten Aufzug gehst oder so keine Ahnung zum Boppel das ist ein Boppel ha ha 276 wie hab ich das jetzt hingekriegt keine Ahnung ob sie würde ich hardwaren du musst den nehmen das ist ein Doppelter der aktiviert 2 ja deadlock nochmal ja oder? ne du hast gewonnen ne ne kann ich mir zählen ist zu spät ist zu late oh der war nice der hell aber der lockt auch viel schneller als du kannst theoretisch dann nachher die locken die er gelockt hat ja ich muss zwei dafür machen ich soll verloren aber what the hell es ist aber wie ja ich hab den Burnout nicht tot ich bin sehr äh verwirrt krass ja ich würde sagen wir machen gleich mal eine Pause und gucken dass wir uns ein Handbuch oder so geben nein das wäre lange nein ah wenn wir das Spiel nicht spielen können wir können es doch spielen ich glaube aus viel mehr besteht das nicht ja gut dann müssen wir einfach extrem gut werden ist dann in der Zeit die wir haben wie hast du den Aufzug aktiviert ach so ok ich kann auf die Brücke hoch gehen ah ok ich verstehe ja da ist das wow sind die stark ja ich schüttel mich nach unten ach je nachdem wo die Fahrstöße fahren genau du hast ja etwas what wie schnell war der ja ziemlich schnell yes hi 303 das sind irgendwelche Speedracer Bots oder so anscheinend verarsch dich einfach ich bin mich getrollt ich hoffe ich bin nimm mich nimm mich das kannst du gar nicht ja aber ja aber was ist dein Ziel äh ich glaub also ich mein wir haben grad eben nicht ganz mitgelegen was da im Briefing gesagt aber ich glaub das ist die Brücke mit wenn du wenn du richtig hohe Nummer hast auf die Brücke zu kommen wahrscheinlich ist es halt echt im Endeffekt dein Ziel ich komm ihn zurück wenn du auf die genau äh es ist doch eigentlich im Endeffekt wieder ein Highscore Spiel so kannst du eigentlich oh fetter fetter Barstuhl das sind irgendwelche Fragen 831 alles klar 83 lagts gerade ich hab irgendwie das Gefühl dass es lagts ja ich spiel das zu hart das überfordert mich für die C64 auf jeden Fall das müssen die für CPU doch ich damals gehabt haben what the hat 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 wird 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 ich bin für die verschiedenen Arten zu sterben zu stehen das kann ich ganz gut her 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 min ach nein hat 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 her 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 hat Du du du. Eine Mal. Das ist noch nerviger. Das muss zum Ziel führen. Let's get ready for the crush, ne? Look. Haha. 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 Okay. Ich glaub ich hab die zerstört. Wovon hängt das ab, wenn die blinken, ob du die bekommst oder nicht? Das leuchtet mir irgendwie noch nicht so ganz ein. Der, der sie zuerst gewählt hat, wenn du denselben angreifst, findest du den. Und wenn du einen anderen angreifst, kriegst du ihn. Alle auf der Mitte. Das ist krankweilig. Ja, weil ich ja gerade neue Dinge übernommen hab. Ja, richtig. Das schließlich mal in einer Stufe. Oder so. Du musst zuerst mal aufzufinden. Das war. Da. Ups. Das ist der Beat meines Lebens. Das ist der Beat meines Lebens. Groß, der Beat. Ich bin erst aber irgendwie daran dran. Sentimental. Sie sentimental. Du sollst mal was machen. Wow. Come on, bro. Du, 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 du. Der hat mich auseinander genommen. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Ich glaube, so lange hab ich noch nie überlebt. Ach, warte. Kannst du jetzt mal auf so eine merkwürdige Regenerations-Disco-Plattform da gehen? Ist das eine Regenerations-Plattform? Ich denke. Du sagst, wo eine ist? Ich doch. Danke. Cool. Fuck. Wahrscheinlich musst du dich da echt regenerieren oder so. Ja. Das ist immerhin nicht Low-Score. Try it. Was passiert, wenn du so einen mit deinem Pfeil anwählst? Hm? Wenn du eine Linie aussiehst, wo so ein Pfeil von dir drauf ist. Ich glaube, dann gewinnst du den Pfeil. Das hat alles zusammen ausprobieren. Und lass sie nur. Aber da hat er nicht angegriffen. Das sieht nicht allzu viel aus. Das ist mal so langweilig. Das ist zu langweilig. Das ist zwar, ne? Prozent 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 Schicksal Haus aus der Worte nur als alt ist das nicht schließen können auch spielst du schätzen was ist das ist das für ein ding das ist irgendein zu gut viel das passiert nie leider wir sind doch schon eher nach deinem kaliber aus das ist die gleichen wie ich das bringt dir halt hart nichts glaube ich an doch punkte, das ist die klatsche ey, das geht los du musst doch eigentlich auch klatschen können wenn er etwas abhaut, dann ich finde ich, dass der schnelle Typ da nicht killt kannst du mal herkommen ich glaube ich nicht ey der ist schneller fast als seine Polizei sehr spannend ich dachte ich richtig fertig das ist so schwierig mit dem Controller zu hat dich auseinander genommen ja, hat er jetzt probier das mal aus guck mal, er greift dich auch instant an, weil du unter ihm stehst der 001 da ist schneller als der andere wir geben auch so ein nee, wir brauchen keine Regeneration sad ist ja gar nicht lustig messenger ah, die, die lehnen die verschwinden irgendwann und wenn du, wenn du danach abpasst dann bekommst du wahrscheinlich den Punkt aber es ist nur ne nur ne Idee drück geh mal da geh mal da auf den das mit deinem Pfeil würde mich mal interessiert, dass das verstärkt ach so und ob du dann vielleicht instead mit einem das einnehmen kannst so ein so ein Repeater oder so so ein Repeater oder so so ein Repeater oder so ich würde schon sagen, dann kann ich ja auch noch nennen das ist äh das ist äh das ist äh das ist äh der 4-Train-Roboter wieviel kann der anwählen? das ist äh das kann der eben auch mehr das passiert wenn ich den das ist äh ah ok also die farbigen Blöcke ändern das in die Farbe des Anderen hm das heißt was? ich glaub weil, weil Seite wählen die Teil des Spiels ist das ist relevant ich glaube wir müssen jetzt nachher mal Mastery durchlegen davon wie war es? ich fühl ich mich nur schlecht ihr seht gleich bei einer halben Stunde ja egal ok er fragt sich viel, dass sie schlecht sind ja und dann will ich wissen was du machen musst um zu gewinnen oder ob du gewinnen kannst ok wir machen Speedrun von wow wow ich verstehe auch nicht wovon das abhängt ob du sie tötest oder nicht weil irgendwie manchmal passiert das und manchmal auch wieder nicht magie ich sag dir magie auf jeden fall it's magic was? ich hab gepupst ich hab schon gemerkt was? was? oh wie er mich ausschaltet du du hast grad einen den du schon hast oh fuck man hat aber guck mal es ist perfekt im besseren Deadline kann man nicht machen das ist einfach wunderschön deine Seite das ist einfach wunderschön das ist einfach oh nicht was? ja aber irgendwann die sterben einfach irgendwann random vielleicht werden wir vorhin auch ewig lang auf eingeschossen das ist aber nichts gesehen das ist einfach wunderschön dass du siehst nur die die du auch so sehen könntest was? wenn die in einem Raum sind wo die Tür zu ist dann siehst du sie nicht erst wenn die Tür offen ist ja das ist schön ja Sonnet-Snake-Style das ist anscheinend echt einfach nur ordentlich draufhalten solange die nicht in den Reparaturraum gehen also wir wissen ja nicht ob es Reparaturraum ist ja ich weiß nicht ob wir das jemals erfahren werden Weiche Weiche Leute ich dachte schon das das Game gut gemacht wie ist es mit dem Trick ah dich geduked dich reinkommen lassen und dann wird abgehauen oh rechts ich verarscht man wow schon wieder komm zurück schon wieder bitte habe keine Angst ich will dich nicht töten ich will dich töten komm die alle her auf einmal hoppa alle gespawnt die ist auch jede Taste schießen und wieder auch nicht schießen ja ja kommt rein ja 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 die ich ich glaube den habe ich zerlegt ja nur ein bisschen aber der steht auch unter mir er wird ja jetzt vielleicht gedowngradet aber ich bekomme trotzdem ein Highscore dazu Ist halt irgendwie nicht, also, keine Ahnung, irgendwie, glaube ich, steht jede Nummer einfach für eine bestimmte Drohnenart. Und halt nicht mal wirklich für eine Stärke. Ich glaube auch. Ich meine, auf der Brücke war ganz hohn, auf der Frachtbahn auch. Aber wenn man mit in die Schiff. Das Ziel ist, dass ich dich übernehmen möchte. Ich glaube, ich zieg nur hin. Nein, Mann. Er will noch nicht gehen. Ich finde, ich habe ein bisschen nass, ich lasse sie wieder in die Hand, also. Ich muss da einfach weg, ja. Oh, er fordert mich hierher raus. Ich finde das auch cool, dass die manchmal eine Hitbox haben und manchmal auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe Punkte bekommen. Ja, Feuer auch, deine. Rauch nie. Oh, fuck. Er hat dich gerippt. Hab ich gerippt? Wie mal hat ihr mich gerippt? Er hat mich gerippt. Gerippt. Ich bin scheiße, ne? Scheiße, ein Dreck. Scheiße. Oh, meine Highscore ist gar nicht schlecht gerade. Ich glaube, das Spiel kann gut endlos weitergehen. Das ist ein Highscore-Spiel, das geht natürlich endlos weiter. Bist du irgendwann verwechst. Du kannst aber auch die ganze Zeit ein Viecher unter dir quatschen, bis du irgendwann keinen Bock mehr hast. Ach, fuck. Gehst du auf die Brücke? Ja, du Hardbrained at this. Ja, aber ich steige halt irgendwie nicht auf, weil hier keiner mehr sind, je stärker. Ja, du bist halt auf die andere. Aber ich mach halt einfach mal Heißbrüder. Ja, und deswegen sind wir auch schon. Oh, fuck. Jetzt ist es vorbei. Nee. Du bist aber nur Rejected gleich. Warum hast du den hier angenommen? Weil ich den da drüber machen wollte. Rejected. What? What? Hä? Das hat das Licht ausgemacht. Das Licht wieder. Und dein Punktestand geht einfach hoch die ganze Zeit. Du wurdest Rejected und dein Punktestand geht einfach hoch. Und jetzt ist alles so okay. Hä? Was ist das? Es ist Nacht. Im Raumschiff. Im Weltraum. Es ist Nacht. Logischerweise. Juhu. Hä? Hier ist aber auch irgendwie niemand mehr. Ja, ist ja alle geschauben. Hast Punkte für alle gekriegt. Oder so. Hä? Ehe? Hier war ein Fahrstuhl und fliegt durch die Gegend. Wie eine Ballerina. Ich gehe jetzt auf die Brücke, wo die vorhin so richtig abgeraged sind. Wie heißt das, warum das Level erledigt war? Was war das für eine? Richtig heftig, was aber ich jetzt Rejected habe ich? Ich bin Burn out, Highscore, von 00100. Oha! Wie darf ich mich nicht in die Highscore eintragen, ich fühle mich gemobbt. ok, dann beenden wir das hier, oder? Ja, also Pfft. Yeah. Bis zum nächsten Mal.